Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Die Firma AKG feiert heuer dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Und zu diesem Jubiläum haben wir auch einen besonders großen Stand jetzt auf der Bauma, auf welchem wir unsere neuen Lösungen entwickeln. AKG sieht sich nicht als Massenhersteller. Wir kühlen nicht alles für jeden. Wir kühlen in bestimmten Anwendungen für bestimmte Kunden und wollen in diesen Nischen die bestmögliche Lösung anbieten. Und ein großer Teil dieser Anwendungen sind eben, deshalb sind wir hier im Baumaschinenbereich, im Landmaschinenbereich, im Eisenbahnbereich. Das sind eigentlich unsere Kernmärkte. Und da mit globaler Präsenz, sodass ein Kunde in den USA und in China oder in Indien und Brasilien jeweils das identische Produkt aus der gleichen Produktion mit der gleichen Qualität geliefert bekommt. Und da mit globaler Präsenz. Untertitelung des ZDF, 2020